Hi und willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch die Street by 50 In-Ear Kopfhörer vor. Viel Spaß mit dem Video. Die Kopfhörer von SMS Audio kommen in einer hochwertigen Verpackung, welche dazu auch noch sehr gut aussieht. Als erstes kommt einem die Bedienungserleitung sowie eine kleine Broschüre entgegen. Danach wird eine praktische und robuste Transporttasche mitgeliefert, in welcher sich ebenfalls noch ein Flugzeugadapter und sechs weitere Aufsätze für die Kopfhörer befinden. Zum Schluss dann natürlich noch die In-Ear Headphones selbst. Obwohl sie aus Kunststoff bestehen, sehen sie wirklich hochwertig aus und lassen sich ohne Probleme auch für eine längere Zeit tragen. Verbaut wurden hier übrigens 11mm Treiber. Wie auch bei den Apple Kopfhörern üblich, gibt es hier auch wieder eine Fernbedienung mit integriertem Mikrofon für Telefonate. Durch die Remote kann man die Wiedergabe problemlos steuern. Am Ende des flachen Kabels der Kopfhörer befindet sich dann noch ein vergoldeter 3,5mm Klickenstecker, welcher ohne Probleme auch mit Schutzhöhlen funktioniert hat. Nicht zu vergessen ist natürlich der Sound. Die Kopfhörer sind unserer Meinung nach speziell für die Person gedacht, die basslastige Musik wie zum Beispiel Rap oder House und so weiter mögen. Für die klassische Richtung sind die In-Ears eher weniger geeignet. Nur noch zu einem kleinen Fazit. Vergleicht man sie zum Beispiel mit dem Konkurrenten von Beats by Dr. Trey, merkt man soundtechnisch nur wenig Unterschiede. Den einzigen Unterschied merkt man dann in der Auswahl des Materials. Im Alltag haben sie sich auf jeden Fall gut geschlagen. Auch die Transporttasche war dabei sehr nützlich. Da die Street by 50 In-Ear Kopfhörer bereits ab 40 Euro zu finden sind, kann man für diesen Preis auf keinen Fall etwas falsch machen. Ein Kauflink dazu befindet sich in der Beschreibung. Ich hoffe das Video hat dir gefallen. Falls das der Fall war, kannst du es gerne bewerten und kommentieren. Falls du keine weiteren Videos mehr von uns verpassen möchtest, kannst du den Kanal auch abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!